Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays und heute machen wir, spielen wir weiter an Charter der 4. Wir sind gerade hier stehen geblieben vor dieser Toren, mittel unserem Auto, unser Panzer-Auto. Panzer-Auto, der fährt überall, ey. Wir müssen jetzt die Toren aufmachen. Ja. Dann mal los. Habe ich mir irgendwie gedacht, dass sie blockiert ist. Wie komme ich jetzt da rüber? Ah, bestimmt muss ich mal klettern und so. Ok, ok. Machen wir nochmal die Säckchen. Zack. Hinweis. Klettern Sie. Ja Mann, ich habe doch gewusst. Ich dachte zuerst erstmal muss ich da irgendwo an, komme ich irgendwie anders. Aber. So, jetzt müssen wir hier klettern. Ok. Stabil. Und hinter die Tür Nummer 2 ist auch verstopft. Ok. So. Funktioniert es langsam. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. So. Unser Panzer-Auto steht noch. Alles gut. Links rechts, rechts. Aha. Ok. Da ist noch ein Weg. Boom. Unfall. Was ist los? Zu viel Schlamm. Ich muss außen rum. Ja, zu viel Schlamm. Außen rum. Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Ja! Ja! Jetzt stehe ich hier. Jawohl. Oh Mann. Komm, komm, komm. Jawohl. Klappt langsam. Ich dachte, wir schaffen das nicht. Ohne Witz. Das ist wirklich Panzerwagen. So, jetzt muss man hier den Weg finden. Und diese Panzerwagen schafft alles. Und wir sind oben. Ja, wir sind so gut. Ja, wir sind so gut. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Okay, muss ich wieder Wasserladen bewegen oder was? Warte, was müssen wir machen? Ja, wir müssen den Aufzug aufmachen erstmal. Hey, kannst du mir helfen? Ja, komm, mach auf. Komm, 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 komm. Wir sind Rambo. Ja, ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich fang schon an die Husten. Leise, leicht. Komm. Oh Mann, kreuzfertig. Ich werde da. Okay. Wenn das mal gut geht. Hoffentlich. 3 von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Ja, sehr gut. Funktioniert immer noch. Heutzutage kaufst du irgendwelches Gerät-Geht-Geht-Geht schon nach 2 Wochen kaputt. Und diese Piraten haben richtig gut gebaut. So, ich glaube ich mache mir noch ein Screenshot. Ja, noch so ein Screenshot für die Dings. Für das Hintergrund. Und sieht ziemlich geil aus. So, sind wir schon oben angekommen. Ein bisschen Romantik geredet. Muss ich mich wieder aufmachen? Ja, gerne. Wer fährt das Auto? Komm, komm, komm. Du glaubst nicht, du glaubst mich damit zu schützen. Hast du kein Recht, dich so auszuschätzen? Ja, bleibt oben. Das ist schon mal sehr gut. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ja, ihr seid doch ein Partner. Das ist nur... Ich... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Okay, klären wir später unsere Probleme. Was? 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 Sieht sehr, sehr ziemlich geil aus, ey. Ich hoffe mal, ich fahre in die richtige Richtung. Es sind frühe Leute herumgelaufen und jetzt fahren wir mit dem Auto hier, unglaublich. Das haben alles Piraten gebaut, ooooh, hammergeil ey, was für Aussichten da, ooooh, ooooh, Over and out. Okay. Over and out. Wo sind wir jetzt hin? Woa, 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 woa. Hey, schnell, gas geht, gas geht. Alter Ich geh um die Panne zum Wasserfall Ich kann nicht Die Strömung ist zu stark Alter Nate Nate Da, ihr könnt die Felsen hochklettern Okay Komm, komm, komm Komm schnell 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 Uah nein 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 Magische Seine Magische Seine Magische Seine Wow, wow, wow Oh, Magische Seine Hat mir das Leben gerettet So, jetzt noch wollen Ja Jawohl Haben wir geschafft Den Rest müssen wir leider zu Fuß machen jetzt Ciao Kakao Panzerwagen Hat Spaß gemacht Ich wollte dich nicht schützen Es ist nur Ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben Das haben wir beide Ich hab den Schwur gebrochen Ich hab nichts gesagt, weil ich Ich hatte Angst Angst wovor Dich zu verlieren Ich schätze, ich wollte Mich selbst schützen Verstehst du Ja Wir haben noch eine weite Strecke vor uns Ja Ja Wir sollten weiter Das stimmt Ja Das stimmt Wir haben eine lange Strecke vor uns Gut, dass wir Gerede darüber haben Gut, dass wir Gerede darüber haben Aber Uns wird noch viele Action erwarten Ja Das wäre übel gewesen Kann ich hier? Ich kann hier Also die Frage Hat mir das was bringt Ja Ja Wie kommen wir da hoch? Wir sind schon auf dem Weg da hoch Ja Vielleicht machen wir hier mal Urlaub was? Ja Gute Idee Urlaub Ich war schon sehr lange nicht mehr irgendwo da So So Okay, okay Okay, wohin? Ich weiß nicht wohin Ich hab mich um Mitternacht von Eleonore und blablabla Okay Irgendeine Geschichte Liebesgeschichte Ja Tja Ruhe in Frieden Piratenfreund Ja Ruhe in Frieden Das stimmt Okay Ich muss den Weg suchen Und Helene klettert hinter mir Okay, das ist schon mal gut So Ich glaube wir haben langsam den Weg gefunden Natürlich habe ich viele Schätze verpasst Aber Ups So Ich glaube ich Sie die ihre Positionen haben Ja du hast recht Sie wurden gestapelt Oder Einfach gegen die Wände gelehnt Sie waren schon tot als man sie hergebracht hat Das ist ein Massengrab nicht Das ist ein Massengrab nicht Massengrab Massengrab nicht gut Hallo Ja Da haben wir diese Bild Weil Da hinkt Verretung Einer der Rebellen Eine schlimme Art zu sterben Ja Nicht so gute Art zu sterben Wo ist sie hin? Hier ist noch einer Ja Okay Okay Ja Ich glaube dem interessiert das von nicht mehr Ich habe schon vergessen Wohin wir müssen Nein Da ist die Brücke die abgestürzt ist Glaube ich Ja man Ja Ja Genau Hier müssen wir Oho Oh mein Gott Okay Kapitel 18 New Default Ich frage mich Was die ganze Zeit geplant war Was Die Siedler alle rumzubringen? Nein Sie herzulocken In der Hoffnung Auf eine Todmöke Um ihnen dann Alles wegzunehmen Was sie haben Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun Aber Das ist ziemlich Wunder Selbst für Piraten Alter Was hier passiert Ist Unglaublich Was haben die da gemacht Ey Haben die die Leute wirklich hierher gelockt Und dann ausgerockt Oder was Oh Mann Ja ja Das ist typisch Piraten Braucht mich nicht zu wundern Da ist ein Schild Aber ich kann nichts mit ihm machen Heute wirst Du mit mir im Paradies sein Tolles Paradies Hm Okay ich habe das Gefühl Wir müssen irgendwo klettern Und ich hoffe mal Dass ich gefunden habe Na gut Ich brauche nur kurz deine Hilfe. Die Dinge sehen nicht stabilis. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Wow. Ja, verzeihung. Nichts verzeihung. Ich glaube, das interessiert ihn nicht mehr. Ui, 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 ui. Ich will nur da lang. Okay. Okay, langsam komme ich irgendwie hoch. Wow. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Testraum eines jeden Heimwerkers. Ja, genau. Okay. Okay, also. Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Äh, ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, hab ein paar Bücher gelesen. Mist, Mist. Was? Was? Die Haustür. Sam. Ja, Mann. Die miese Ratte lebt doch. Hallo. So, ich glaube ich mache noch einen Screenshot. Halt die Augen nach Schorleintwirkung auf. Ja. Hallo? Screenshot? Ja. Doch schon mal gut. Ich mache ganz einen Screenshot. Ja, aber es sieht wirklich geil aus. Ich finde es geil. Ich weiß nicht, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das auch gefallen hat. Ob ihr auch so diese Aussichten geil findet. Wo muss man eigentlich hin? Okay, ich glaube wir finden langsam den Weg. Geh raus. Okay, ich glaube wir finden langsam den Weg. Okay, liebe Freunde. Ich mache mal jetzt hier kurze Pause. Schreibt mir bitte die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren und Like nicht vergessen. Jedes Mal vergesse ich das. Abonnieren und Like nicht vergessen. Falls ihr das nicht gemacht habt. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Petrolic Let's Play. Tschüss. Obstrom. Tschüss. Los Simples. Schicks hin. Tschüss.